Heute rede ich über zwei Neuerscheinungen. Einmal das heiß umhypte Yellow Face, was meiner Wahrnehmung nach irgendwie auf Instagram mehr besprochen wurde als auf YouTube. Schreibt mir mal, ob ihr da ähnlicher Meinung seid. Und über die Dämmerung von Mark Rabe, der zweite Teil seiner neuen Thriller-Reihe rund um Art Maier. Da kam letztes Jahr ungefähr zur selben Zeit der erste Teil raus. Der hat mir sehr gut gefallen. Der zweite auch. Erfahrt es nach dem Intro. Viel Spaß. Mit diesem Video. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim und ich lade hier auf diesem Kanal alles rund um Bücher und Geschichten hoch. Wenn dich das interessiert, dann klick doch gerne auf Abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Außerdem bin ich auch auf Instagram tätig, da sogar in letzter Zeit ein bisschen aktiver als sonst. Da lade ich zu jedem Buch immer direkt schon ein kurzes Reel hoch. Ich versuche da in letzter Zeit immer gleich schon so ein bisschen eine Story zu erzählen. Ich will mich da filmisch so ein bisschen ausleben. Also da stehe ich dann nicht einfach vor der Kamera und laber. Aber findet das gerne selber raus. Folgt mir da gerne. Und auch noch ein kleines Ding vorab. Ich lade in letzter Zeit meine Podcasts, meine Lesemonate sozusagen auch immer auf Spotify hoch, weil ich von vielen Leuten gehört habe, die das auf YouTube immer ein bisschen nervig finden, weil man das ja nicht offline hören kann. Dann hat man da irgendwie ein halbstündiges oder dreiviertelstündiges Video, was man jetzt nicht irgendwie aktiv anschauen muss. Aber man kann es halt nicht irgendwie zum Beispiel unterwegs anhören. Und da hatte ich dann eben die Idee, das einfach mal als Podcast auf Spotify sozusagen hochzuladen. Also schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr den Link zu dieser Folge hier auch und zu allen vergangenen Folgen und in Zukunft zu allen neuen Folgen. Also falls ihr auch euch manchmal denkt, das wäre doch ganz praktisch, sich das auf Spotify einfach nur vom Ton her anzuhören, dann schaut da gerne mal vorbei. Das ist für euch. Jetzt starten wir aber ganz fresh in den Lesemonat und wir beginnen mit Yellow Face. Yellow Face ist ein Buch, was mir auf der Buchmesse in Leipzig letzten Monat total entgegengesprungen ist sozusagen. Das war ja übelst der Hype und du hast es quasi an jeder Ecke, also nicht nur auf der Buchmesse, auch überall sonst in Leipzig, wo waren viele Werbetafeln, riesig prangte da dieses Cover, was ja auch schon sehr auffällig ist, so komplett gelb. Und dann hast du dann nur diese zwei Augen, die in Kombination schon auch ein bisschen provokant wirken, weil wir eben ein Yellow Face haben mit so ein bisschen asiatischer wirkenden Augen. Da denkst du dir direkt so, okay, geht das? Also es ist, sag ich mal, ein prägnantes, auffälliges Cover und das habe ich wieder gekauft, gemeinsam mit dem lieben Ingo von Das Literarische Viertel und Steffi von Das Lesende Ich auf Instagram. Und mit Alex, Alex ThrillTube, der macht auch YouTube und Instagram. Ich habe die alle dreimal in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir wollten eigentlich dann zu viert so eine Talkrunde bei Ingo machen, da hat er uns eingeladen. Steffi konnte dann spontan leider nicht, sie hat es aber auch gelesen, schaut also trotzdem auch gerne mal bei ihr auf Instagram vorbei. Da hat sie auch eine Rezension zu hochgeladen. So haben wir das also dann gemeinsam gelesen und da könnt ihr auch gerne eben bei Ingo vorbeischauen auf dem Kanal. Da ist dann diese Gesprächsrunde, geht eine knappe Stunde, kann man sich auch so ein bisschen als Podcast eben geben. Leider nicht auf Spotify, aber so ein bisschen im Hintergrund laufen, während man vielleicht die Bude aufräumt. Das wäre doch bestimmt was. Aber jetzt erzähle ich erstmal hier so ein bisschen meine Meinung in kurz und knapp. Ja, falls es irgendjemand nicht mitgekriegt hat, worum es in diesem Buch geht, es geht um zwei Autorinnen. Die eine ist June Hayward, sie ist eine Weiße, das sage ich dazu, weil das tatsächlich ein Thema ist. Und dann gibt es Athena Liu und sie ist Chinesin, beziehungsweise sie ist chinesischer Herkunft. Sie ist schon Amerikanerin, in Amerika quasi aufgewachsen, aber mit chinesischen Wurzeln sozusagen. Und die beiden schreiben gerne, aber Athena ist die einzige von beiden, die halt erfolgreich damit ist. Und zwar so richtig, die hat gerade so richtig einen Netflix-Deal an Land gezogen, während June halt gar nicht erfolgreich damit ist und die da auch sehr, sehr neidisch ist. Und das spüren wir. Das Ganze ist aus der Sicht von June erzählt und sehr, sehr schnell am Anfang, das erfahren wir direkt quasi im ersten Satz schon, stirbt Athena. Und der Tod spielt überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, dass sie tot ist und nichts mehr machen kann sozusagen. Wenn jetzt nämlich June daherkommt und in so einer Kurzschlussreaktion einfach mal das unveröffentlichte Manuskript von Athena mitgehen lässt, es dann in den nächsten Wochen und Monaten stark ergänzt noch. Also sie steckt da selbst noch viel Ergänzungsarbeit rein und veröffentlicht es dann unter eigenem Namen. Da geht dann direkt auch schon das Ganze mit der Ethnien sozusagen los, weil dieses Manuskript handelt sozusagen von der Geschichte chinesischer Arbeiter im Ersten Weltkrieg. Und da denkt sich dann der Verlag, der das halt veröffentlichen will, auch so, okay, das will jetzt eine Weise sozusagen veröffentlichen. Ja, ist das okay? Da werden bestimmt Leute sagen, dass, wenn das nicht selbst auch von einer Person chinesischer Herkunft sozusagen kommt, dann ist das irgendwie kulturelle Aneignung oder so, weil die hat ja keine Ahnung von dem Leiden chinesischer Leute sozusagen. Und deswegen veröffentlichen die das gar nicht unter dem Namen June Hayward, sondern unter Juniper Song. Song ist der zweite Vorname von June, deswegen ist das jetzt nicht irgendwie gelogen, aber es klingt halt asiatischer, sodass man, wenn man das jetzt auf dem Cover sozusagen sieht, nicht jetzt irgendwie denken würde, warum ist das von einer Weisen geschrieben, so wisst ihr, wie ich meine. Also das ist ein großes Thema, da werden sehr viele Diskurse aufgemacht, also eben zum Beispiel das mit der kulturellen Aneignung, wer darf eigentlich über welches Leid schreiben. Oder zum Beispiel, dass June auch die ganze Zeit eigentlich das Gefühl hat, dass Athena wahrscheinlich nur deswegen erfolgreich war, weil sie von dem Verlag wahrscheinlich das asiatische Vorzeigestück sozusagen ist, damit man so ein bisschen Diversität drin hat. Solche Themen werden total besprochen und dann geht es natürlich auch ganz viel einfach um June, die hier halt wirklich einen Diebstahl gemacht hat. Sie hat das geistige Eigentum von Athena gestohlen, legt sich das aber schon selber sehr gut zurecht. Also sie redet sich selber so ein bisschen ein, warum das jetzt gar nicht so verwerflich war, dass sie das gemacht hat. Das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Also wir als Leser denken uns natürlich schon die ganze Zeit, okay, krass, was sie da gemacht hat, das geht halt gar nicht. Aber wenn wir in ihrem Kopf uns reindenken, ja, sie rechtfertigt sich das so. Und das macht sie eigentlich ganz, ganz gut, sodass sie sich sagt, nee, eigentlich ist das schon okay. Ja, von daher, worüber ich noch sprechen möchte, ist, dass auf dem Klappentext hinten steht ein Zitat von Stephen King, der gemeint hat, das wäre unter anderem ein Krimi, wo ich sage, definitiv nicht. Wo ist das bitte ein Krimi? Also, ich habe ja schon gesagt, der Tod spielt eigentlich keine Rolle. Das einzige Wichtige daran ist nur, dass Athena halt tot ist. So, aber wie sie gestorben ist oder so, oder ob das eventuell Mord war oder so, also da spielt gar keine Rolle. Das Ganze hat auch überhaupt, da gibt es keine Ermittlungsarbeit oder sowas. Das ist, also ein Krimi ist ja für mich nicht gleich, wenn jemand stirbt oder so. Da muss halt Ermittlungsarbeit sein. Der Tod muss eine Rolle spielen. Warum ist die Person gestorben? Aber darum geht es nicht. Es geht halt die ganze Zeit nur um die Auswirkungen davon sozusagen. Und da trifft dann eher das, was Stephen King auch gesagt hat, Paranoia ein, weil June sehr, sehr paranoid wird. Sie bildet sich Dinge ein, wo man dann immer so ein bisschen schon merkt, ja, okay, sie hat halt doch Gewissensbisse. Sie weiß halt letztlich doch, dass es jetzt nicht so okay war, was sie da gemacht hat. Ich finde generell, June ist, also viele sagen, sie wäre so krass unsympathisch. Ich finde sie nicht krass unsympathisch, aber ich finde sie jetzt auch nicht hart sympathisch. Also es ist halt, sie, man, ich finde schon, dass ich merke, was in ihr vor sich geht und warum sie tut, was sie tut. Und dass sie eigentlich auch eine sehr bemitleidenswerte Person ist. Und das finde ich schon sehr, sehr gut gemacht. Ich finde das im Gesamten sehr lesenswert. Schade ist nur, dass es teilweise zu berichthaft ist. Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Es fühlt sich an vielen Stellen nicht wie eine Geschichte an, sondern mehr wie ein Bericht, so ein Erfahrungsbericht. Als würde June uns das jetzt halt einfach nur so nachträglich beschreiben. Aber es gibt viel, viel Erklärung und wenig so echte Momente, echte Szenen. Immer wenn es so echte Szenen und Momente gibt, ist es super. Aber die kommen sehr wenig. Es geht ja mit diesem genialen Satz schon los. In der Nacht, in der ich als Athena Leo sterben sehe, feiern wir ihren Vertrag mit Netflix. Geiler Satz. Und dann geht es erstmal ein paar Seiten lang nur so Backstory-Erklärungen. Und das ist halt viel in dem Buch. Darüber muss man sich bewusst sein. Wenn man sich damit anfreudet, ist das okay. Aber es ist halt, finde ich, an vielen Stellen weniger Geschichte als Erfahrungsbericht. Das ist natürlich deswegen nicht weniger spannend. Aber es ist, man muss sich damit so ein bisschen abfinden. Nichtsdestotrotz ist es eine spannende Geschichte. Also spannend, viele Diskurse. Es gibt viele Einblicke in die Literaturbranche. Wir erfahren viel über das Veröffentlichungswesen. Wie es auch ist, in der Öffentlichkeit zu stehen. Wenn dann Shitstorms kommen und so. Wie man damit umgeht und so. Wenn Cancel Culture vielleicht auftritt und sowas. Da geht es auch sehr viel drum. Und so gegen Ende ist es dann noch ein richtig schöner Thriller. Also immer noch kein Krimi. Will ich nochmal betonen. Aber ein Thriller. Die Paranoia, die zieht sich sowieso schon durchs ganze Buch durch. So ein bisschen der Verfolgungswahn. Aber am Ende wird es nochmal richtig krank. Wird es nochmal richtig krass. Da wird es nochmal auf ein richtiges nächstes Level gehoben. Und kann wirklich definitiv als ein Thriller durchgehen. Deswegen geht das für mich auf jeden Fall als eine Empfehlung raus. Lest es, wenn euch so ein bisschen die Verlagswelt, das Literaturwesen interessiert. Wenn die Diskurse euch interessieren. Hier kulturelle Anleignung, Cancel Culture und so weiter. Alles mit der Veröffentlichkeit auch so ein bisschen. Und ein Thriller ist es am Ende auch noch so ein bisschen neben. Genau, jetzt kann ich nur noch sagen, schaut euch gerne auch noch zusätzlich zu meiner Meinung jetzt hier den Talk, die Talkrunde bei Ingo auf dem Kanal vorbei. Wie gesagt, da war Ingo, ich und Alex dabei. Und wir haben da einfach zu dritt so ein bisschen gequatscht. Und ich finde, das ist immer nochmal ein bisschen was anderes, als wenn ich hier alleine stehe und einfach von meiner Meinung rede. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich sowas vielleicht auch mal veranstalte. Das fände ich dann ganz cool. Das ist immer nochmal was anderes, wenn man mit mehreren Leuten so ein bisschen reden kann. Aber jetzt geht es erstmal zum nächsten Buch. Ich habe den nächsten Harry Potter Band gelesen, beziehungsweise wieder gehört. Ich höre die Hörbücher von Rufus Beck nochmal der Reihe nach. Ich mache dazu diese Potter Talk Reihe, wo es jetzt schon die ersten drei Teile erschienen sind. Falls ihr den neuesten Potter Talk von Der Gefangene von Asgaba noch nicht gesehen habt. Videobeschreibung oder hier Infokarte irgendwo ist es auf jeden Fall verlinkt. Und ich kann so viel schon mal hier sagen. Es war für mich der erste, jetzt düstere Band auf jeden Fall. Man merkt, es wird düsterer. Aber trotzdem ist es immer noch so der letzte, so ein bisschen kindliche Band. Und so richtig nur noch düster ist es definitiv erst ab Band 4. Aber ich fand es hier echt so einen richtig guten Übergangsteil. Und ich habe gemerkt, dass das Thema Angst, so undurchdringliche Angst, eine ganz große Rolle spielt. Ich habe mich lange gefragt, warum ist Harry eigentlich gefühlt der Einzige, der keine Angst vor Sirius Black hat. Obwohl alle anderen der Meinung sind, dass er diese Angst haben sollte. Er fürchtet sich stattdessen eher vor diesen nebulösen Wahrsagungen einer alten Spinnerin. Und fühlt sich dann plötzlich von dem Grimm, dem Omen des Todes verfolgt. Obwohl es da doch eigentlich eine viel realere Gefahr durch Sirius Black gibt. Warum ist das so? Ich habe die Frage für mich beantworten können. Ich glaube, ich habe da eine Lösung gefunden. Schaut gerne in den Potter Talk rein. Da werde ich euch erzählen, was meine Theorie dazu ist. Und generell das ganze Buch so ein bisschen besprechen. Aber auch da den Potter Talk gibt es auch auf Spotify. Schaut, könnt ihr euch auch da anhören, weil der ist auch ein bisschen länger geworden. Genau, so viel dazu. Jetzt zum nächsten Buch. Die Dämmerung von Marc Rabe. Ich sage es euch so. Also eigentlich könnte man das als Krimi bezeichnen. Und ich bin kein Krimi-Fan. Ich habe aber letztes Jahr schon den ersten Teil gelesen. Weil der viel besprochen wurde und es auch immer hieß, der Thriller des Jahres. Wer den Thriller des Jahres lesen will, muss Marc Rabe lesen. Und dann habe ich gedacht, mache ich das halt mal. Irgendwer anders hat dann mal zu mir gesagt, hä, warum liest du denn sowas? Ich dachte, du magst keine Krimis. Und ich war so, ja stimmt, das ist schon auch ein bisschen Krimi. Es wird immer als Thriller beworben. Aber eigentlich ist es schon auch Krimi, weil es halt Ermittlungsarbeit ist. Wir haben hier ja ein Ermittler-Duo. Wir haben Art Meier, der halt eingesessen bei der Polizei sozusagen ist. Er ist auch so ein bisschen ein gebrochener Mensch. Er hat eine krasse Vergangenheit, von der wir auch viel erfahren. Und wir haben seine Kollegin, seine Partnerin Nele Tchaikowski, die noch sehr jung ist, die gerade erst angefangen hat. Und das ist ein Ermittler-Duo. Das ist eigentlich Krimi. Aber es ist halt auch viel Thriller. Weil es dann eben nicht nur die Ermittlungsarbeit ist, sondern gleichzeitig auch viel so in den Köpfen von irgendwelchen Opfern, die sich dann zum Beispiel verfolgt fühlen. Viel Verfolgungswahlen, auch eben so Verfolgungsjagden. Es ist Krimi und Thriller. Und definitiv auch Roman. Das sage ich jetzt so, weil das Gefühl habe ich definitiv. Und das ist einer der Punkte, warum ich es eben lesen kann, obwohl es auch ein Krimi ist. Der Krimi ist für mich das kleinste Element fast. Die Ermittlungsarbeit ist wirklich schön klein gehalten in meinen Augen. Der Thriller ist auf jeden Fall größer als der Krimi darin. Und mindestens genauso groß ist auf jeden Fall der Roman darin, weil wir sehr viel über die Figuren erfahren, viel über die Backstory. Das war sowohl in Band 1 als auch in Band 2, sodass man die ganze Zeit so Einblicke in die Vergangenheit sieht. Man weiß noch gar nicht so, wo ist da der Zusammenhang zum eigentlichen Hauptplot. Das erfährt man dann am Ende. Und das ist super gut. Das hat mir super gut gefallen. Außerdem geht es abseits von den Figuren-Backstories auch sehr viel um Weltgeschehen. Ich finde es sehr krass. Diese Bücher sind sehr aktuell. Also es ging schon in Band 1 zum Beispiel so nebenbei immer mal wieder ums Gendern. Da gibt es dann die einen Figuren, die eben das für richtig halten und auch gendern. Und dann gibt es die anderen Figuren, die das total nervig finden und bescheuert. Und jetzt in Band 2 kamen zum Beispiel immer mal wieder Klimakleber vor tatsächlich. Oder der Umgang damit, die Klimakrise generell spielt, eben eine Rolle. Der Ukraine-Krieg wird tatsächlich auch immer mal wieder erwähnt. Also so aktuelles Welt- und Politikgeschehen spielen definitiv eine Rolle. Zumal ja auch eine große Figur in Band 1 und eine kleine Figur in Band 2, der Bundeskanzler einfach ist. Das muss man natürlich alles mögen. Also ich weiß, dass es Leute gibt, die das gar nicht mögen, wenn so aktuelle politische Themen überhaupt in Büchern vorkommen, egal in welcher Weise, weil sie da so ein bisschen einen Eskapismus eben in Büchern erwarten. Die wollen jetzt nicht in einem Buch an so reale Themen erinnert werden sozusagen. Aber ich, also ich mag das. Das hier ist auch einfach gut gemacht. Es ist nicht drüber oder so. Es ist nicht so, dass das ständig ist. Also wenn zum Beispiel Leute bei Holly von Stephen King das genervt hat, dass Corona wirklich auf jeder Seite fünfmal erwähnt wurde, ob jemand jetzt geimpft ist oder eine Maske trägt, kann ich noch irgendwie verstehen, dass das nervt, wenn es so viel ist. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Also hier ist das wirklich in einem gesunden Maß. Und es passt auch einfach zum Thema. Und das ist von daher einfach so geschickt eingebaut, dass es für mich den Effekt hat, dass es sich einfach realer anfühlt dadurch. Also die ganze Geschichte wirkt dadurch realer. Und das ist genau der Effekt, den es wahrscheinlich haben soll. Und deswegen ist es super gut gemacht. Ich glaube, ich habe noch gar nicht wirklich was zu diesem Buch jetzt gesagt. Ich habe so ein bisschen allgemein über die Reihe gesprochen. Aber hier, ich sage mal so, der Kriminalfall ist halt das für mich am wenigsten spannendste. Deswegen habe ich da, glaube ich, auch noch gar nicht so drüber geredet. Das geht halt damit los, dass eine Frau eine Leiche im Wald gefunden wird, die an einen Baum gefesselt ist und über ihrem Kopf ist ein Hirschgeweih drapiert. Ihre Füße sind von Wildtieren abgenagt, sodass sie so ein bisschen wie Hufe aussehen, auch von einem Hirsch. Und zu ihren Füßen liegt ein toter Vogel. Das ist krass. Das ist intensiv auch beschrieben. Und das ist natürlich sehr grausam. Aber wie gesagt, der Kriminalfall an sich ist nicht das Spannendste darin. Es geht dann damit weiter, dass sozusagen Leo, das ist eine neue Figur, eine 22-Jährige, die auch Klimaaktivistin ist, die auch so ein bisschen rebellisch ist und vor allem die, die Tochter des Opfers ist. Und deswegen wird sie auch schnell verdächtigt, weil auch schnell herausgefunden wird, dass sie und ihre Mutter nicht so besonders gut klarkamen. Sie steht direkt unter Verdacht, aber Art, Art Meyer, die Hauptfigur, unser Ermittler, ist relativ schnell so unbewusst, unterbewusst davon überzeugt, dass sie unschuldig ist. Aber man kann es natürlich nicht beweisen. Er muss es jetzt erst mal beweisen können und so. Und er darf natürlich auch nicht einfach blind auf sein Gefühl da vertrauen. Sonst wäre er ja kein guter Ermittler. Aber ja, so viel zum Kriminalfall an sich. Aber wie gesagt, Krimifälle, in denen jemand stirbt und dann wird jemand verdächtigt und so und dann wird ermittelt. Ja, sowas gibt es halt viel. Aber so Figurenentwicklungen und das Weltgeschehen und sowas. So Romanelemente, das ist halt das, was für mich das Ganze dann ausmacht. Das ist das Spannende. Der Krimi ist sozusagen so ein bisschen Begleitwerk, damit das Ganze eine Story hat. Und das ist für mich eine supergute Mischung. Die Figurenentwicklung ist auch mir sehr, sehr gut aufgefallen hier. Also das ist wirklich eine gute Fortsetzung, weil es nicht irgendwie jetzt einfach nur ein Ripoff vom ersten Teil ist oder so oder die Figuren irgendwie gar nicht sich entwickelt haben oder wieder die gleichen Probleme haben. Nein, die Figuren haben sich top weiterentwickelt. Sie haben neue Probleme, neue Erfahrungen machen sie. Wir erfahren auch mehr über sie. Es ist wirklich wie Mark Rabe selber, glaube ich, irgendwo drinnen vorne oder hinten in so einem kleinen Winzlingsinterview sozusagen sagt. Warum schreibt er eine Reihe? Ja, weil eine Reihe halt wirklich das Potenzial bietet, die Figuren auch besser kennenzulernen und länger zu begleiten. Und da hat er hier recht. Also da merke ich wirklich, dass ihm das wirklich so geht, dass er sich auch wirklich gerne mit den Figuren beschäftigt und dass ihm natürlich auch einfach die Figuren wichtig sind. Und dass er da wirklich über die Figuren schreibt und jetzt nicht über den Krimi-Fall, das bestätigt meine Wahrnehmung hiermit, dass das eigentlich für mich das Essentiellere ist der Roman oder vielleicht der Thriller als jetzt der Kriminalfall. Und das macht diese Reihe aus. Es ist irgendwie Krimi, Thriller, aber gleichermaßen ist es Roman. Und das ist super. Das macht das Ganze aus. Das macht das für mich auch einzigartig. Also ich kenne natürlich jetzt nicht unbedingt was, was ähnlich ist. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr da was kennt. Aber soviel erstmal zu die Dämmerung. Auf jeden Fall eine lesenswerte Fortsetzung, genauso wie Teil 1. Wenn ihr Teil 1 jedoch noch nicht kennt, solltet ihr Teil 1 auf jeden Fall zuerst lesen. Das ist auch was, was ich gemerkt habe. Das ist nicht eine Reihe von voneinander unabhängigen Fällen so. Die Fälle sind voneinander unabhängig, ja. Aber das Drumherum, das ist nicht voneinander unabhängig. Die Figuren, man kann jetzt das wahrscheinlich lesen, ohne den ersten zu kennen. Aber ich würde es absolut nicht empfehlen, weil die Figuren muss man vorher kennengelernt haben. Hier wird schon so ein bisschen Dinge fortgeführt, sozusagen, die in Teil 1 schon angefangen wurden. Und bei mir würde schon, also ich würde niemals eine Reihe in der falschen Reihenfolge lesen. Das würde schon mein innerer Monk verhindern, selbst wenn die Bände wirklich komplett voneinander unabhängig wären. Hier ist es nicht der Fall. Und deswegen empfehle ich auf jeden Fall, den ersten Teil zuerst zu lesen und dann den zweiten Teil. Schaut euch gerne hier oben auch nochmal meine Rezension zu dem ersten Teil eben an. Das war Lesemonat Mai, auch letztes Jahr, glaube ich sogar, wo ich das gelesen habe. Ja, schaut euch das, wie gesagt, gerne an. Und ja, jetzt bleibt mir nur zu sagen, okay, das war es von mir. Schreibt mir zu allem eure Meinung gerne in die Kommentare. Klickt auf Abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Folgt mir gerne auch auf Instagram. Ist auch unten mal verlinkt. Wie gesagt, da mache ich ein bisschen mehr. Und da versuche ich auch so ein bisschen, so filmisch mich mehr auszuprobieren, was meine Rezensionen angeht. Nicht einfach nur vor der Kamera zu stehen und zu labern, sondern da so ein bisschen eine Story auch reinzubringen. Wenn euch das interessiert, schaut gerne vorbei. Und dann würde ich sagen, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt eine gute Zeit und bis dahin. Ciao.